Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica. Es ist eine Minute vergangen. Etwas über eine Minute und es ist stockend duster hier. Und ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Wenn es dunkel ist? Was machen wir, wenn es dunkel ist? Richtig, wir nehmen unsere Motte und unseren Seegleiter und laufen hier mal ein bisschen rum. Könnten uns auch theoretisch hier so eine kleine Basis aufbauen, oder? Haben wir mal drei Jahren dabei für eine Basis? Warte mal. Nö, wir könnten hier so eine Plattform aufbauen und wir könnten das Ding auch einfach hier einbauen. Ey, das können wir auch hier einbauen. Nice. Ah, Gott, das ist Maria. Ich höre immer dieses Bohren im Kopf. Das kann doch nicht sein. Ich kann das, glaube ich, auch nicht rausfiltern dann. Ach ja, herrlich, oder? So ein Gebore? Aua, 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 aua. Hint fort mit euch. Ihr Mistviecher. Erlegt. Ihr seht wahrscheinlich nichts. Aua, aua, ich auch nicht. Oh, wo bist du? Da bist du. Hä? Ach, Mann, ey. Das finde ich ja schon sehr störend, wenn die hier bohren. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Das zerstört doch ganz schön die Atmosphäre. Ich raste hier gleich aus. So, das geht gleich noch weiter. Komm her, warum leuchtet das hier? Komm her, aua. So solltest du auch nicht herkommen. Komm her jetzt, weil du nicht stirbst. Okay. Okay. Okay, zweieinhalb Minuten noch. Wir sollten uns zur Landezone begeben. Wir sollten die ja nicht warten lassen. Hallo. Batman. So. Jetzt sind wir hier. Bist du das hier? Äh, kann ich dich anblinkern? Hm. Was mich ja persönlich verwundert, ist... Vielleicht ist das keine Basis, sondern vielleicht ist das eine Lebensform selbst? Tja. Wer weiß. Momentan voll. Ach, kann man aufnehmen. Cool. Äh, was schmeißt man weg? Nichts eine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist lieber das als was anderes. Oh, von Lebensenergie. Wir bräuchten was zu essen bald, ne? Hm. Na gut. Warten wir jetzt hier, dass das Schiffchen endlich mal kommt. Landing Zone, ja. 18 Meter. Wenn das hier landet, dann muss es irgendwo hier so herkommen, oder? Hm. 50 Sekunden noch. Das wird interessant. Mach's gut, Motte, ne? Also Seemotte. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich dir ein schönes Leben da am Strand. Und die Sonne geht auf. Ist das nicht schön, wie die Sonne, äh, da aufgeht? Am liebsten würde ich davon einen Screenshot haben. Und dann kann man das nicht sogar machen? Ähm. Äh. Ähm. Nein. Fuck. Ich weiß, was passieren wird. Ja. 1-0-1-2-2-2-2-2-3-4-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Attention. Patching in a local broadcast from the Sunbeam. I don't believe it. There's someone down there. Aurora, Survivor. We have your PDA signature. I don't know how you walked away from that wreck, let alone survive since then. But we'll be happy to bring you on board and hightail back to Federation space. Stand back. We're approaching the landing site now. Breaking atmosphere in 5-5-5-5-5-5-5. Da. Nein, 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 bitte nicht. Oh nein. Fuck. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das kann doch nicht Ihren Ernst sein. Das war's jetzt oder was? Ähm. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach zurück zu unserer Basis. Das hat niemand überlebt, hundertprozentig nicht, das Ding ist ja pulverisiert. Hi, Siemotte. Danke schön. Wenigstens irgendjemand, der mich mag. Und dem wir wichtig sind und dem es nicht egal ist, was mit uns passiert. Ja, okay. Was von der Sunbeam selbst, vielleicht war ja die Sunbeam selbst ein größeres Raumschiff. Ah ja, okay, müssen wir aufschneiden. Okay. Okay. Dann ist jetzt unsere erste Priorität. Ähm. Ähm. Tja. Wie gehen wir jetzt vor? Wie gehen wir jetzt vor? Was machen wir? Was tun wir? Ja, hallo. Guten Morgen. Ich bin schneller als du. Also lass mir mal vorbei. Danke. Ähm. Ja. Was machen wir jetzt? Ich würde vorschlagen, wir verkrübeln uns erstmal in unsere Basis. Wenn wir nur in unserer Basis sind, dann würde ich vorschlagen, wir sammeln uns. Also ich sammle mich. Ich weiß ja nicht, was ihr macht, aber ich sammle mich jetzt erstmal. So. Willkommen aboord, Captain. Äh. Danke. Ach komm, was soll's. Hallo. Basis. Okay. Kommunikation? Gibt's keine mehr. Cheater. Kaffee. Danke. Ach. Inventar voll. Okay. Okay. Alles kein Problem. Wir gehen hier erstmal rein. Ähm. Werkzeug. Wir brauchen Werkzeug. Diesen Schneider, den möchte ich gerne haben. Äh. Laserschneider. Dafür brauchen wir eine Batterie und Titan. Ja. Ist doch kein Problem. Ja. Titan. Guck mal. Hier kommt das Uranzeug. Ne. Ist mein Messer. Diamant. 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 Magnetid. Magnetid. Gold. 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 Und Silver Arts. Okay. Wir müssen uns definitiv erstmal jetzt mal im Kopf machen, wie es jetzt hier weitergehen soll. Also. Zack. Er hört sich ja fast so an wie beim Zahnarzt. Ist ja schlimm. Laserschneider. Sehr gut. Dann hätte ich gerne die Schubkalone. Verzerrt die Schwerkraft, um Objekte anzuziehen. Erweiterter Kabelsatz und eine Batterie. Erweiterter Kabelsatz. Erweiterter Kabelsatz. Erweiterter Kabelsatz. Ähm. Erweiterter Kabelsatz wird mit zweimal Gold und einem Computerchip. Einen Computerchip brauchen wir Tischkorallen, Silbererz und Quarz. Ähm. Was haben wir denn alles dabei? Silbererz haben wir doch irgendwo dabei gehabt, ne? Ne. Das war Lithium. Lithium. Seht ihr? Lithium. Können wir mal die Verstärkung bauen. So. Okay. Alles easy. Kein Problem. Ähm. Wir brauchen, warte mal. Wir brauchen jetzt den Computerchip. Dafür brauchen wir Silbererz. Genau. Silbererz war hier, ne? Ähm. Nö. War denn was hier? Jep. Quarz. Jep. Quarz. Tischkorallen. So. Persönliches. Äh. Werkzeug. Hier die Schubkanone. Erweiterter Kabelsatz. Batterie können wir nehmen. Äh. Titanarm auch. Wir brauchen nur den erweiterten Kabelsatz. Den erweiterten Kabelsatz kriegen wir mit einem zweimal Gold und einem Computerchip. Alles klar. Computerchip herstellen. Ähm. Okay. Dann brauchen wir jetzt das Gold. Gold haben wir doch hier, glaube ich, ne? Ah, Gold haben wir mehr als alles andere. So. Äh. Elektronik. Zack. Erweiterter Kabelsatz. Werkzeuge. Äh. Batterie und Titan. Genau. Titan. Und ne Batterie. Alle vollgeladen. Das ist ja. Super. Volle Batterien. Eins. Zwei. Drei. So. Dann gehen wir da ran. Zack. Werkzeuge. Schubkanone. Ja. Nee. Größer geht's doch gar nicht, oder? Okay. Ja. Ähm. Ja. Genau. Dann wollte ich ja mal gucken wegen dem verstärkten Anzug. Was macht denn da? Persönliches Ausrüstung. Verstärkte. Ach so. Standteile unbekannt. Okay. Okay. Ähm. Was wir brauchen ist Essen. Was wir brauchen ist Essen. Machen wir ja die Tür auf hier. Aber rucki zucki mein Freund. Wir brauchen Essen. Nahrung brauchen wir. Nahrung kriegen wir in der Küche. Mhm. Hm. Hm. Naja. Ist jetzt nicht so der Burner. Aber ok. ok ich bin immer noch ein bisschen schockiert und so kotztaschentuch nehmen ein bisschen wenigstens mag uns meine basis alles klar speichern wo ist das ding? 700 meter in diese richtung das ist bei der aurora ok ok alles kein problem alles kein problem wir müssen nur wir müssen nur ganz geschild bleiben was wollte ich machen was wollte ich machen freunde was wollte ich machen essen und trinken und dann wollten wir die schubkanonen wir haben den laserschneider essen und trinken wir brauchen reichlich essen und trinken ok wisst ihr was wir fahren jetzt zu dem signal oh ich dachte das wäre bei der aurora, das sieht bei der aurora, das ist ganz woanders ja die sonne geht gerade unter ne ach sonne 14 ist wieder upsie sorry ok wir fahren jetzt zu der ja klar 5 fps ist klar äh sonst geht es hier noch als gut oder was wir fahren da jetzt einfach hin upsie 250 meter 190 ups und siegleiter fragt man was soll denn damit ok alles kaputt hier ne welcome aboard captain ok new data lock altera liveport 3 ok äh das ist der landzug nein 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 da liveport may the planet for liveport may the planet for liveport may the planet for high top ten say whatever i can find see if can ja reinforce the liveport ja schön das freut mich ähm ja wir sind hier wirklich die einzigen überlebenden habe ich den eindruck und das lässt mich jetzt überlegen ähm lohnt es sich denn überhaupt noch hier zu leben ist das leben hier noch lebenswert ist das leben hier noch lebenswert die sunbeam wurde abgeschossen unsere rettung ist weg im grunde sind wir doch hier komplett auf uns allein gestellt wir haben nochmal wieder nichts nicht mehr hoffnung den reibfisch will ich haben hier den blasenfisch will ich auch haben gib mir den tschüss wir haben keine hoffnung auf rettung hallo alter was ist denn hier los was ist denn los wie viel blasenfisch hier sind sie ist tot aus wir könnten uns vielleicht ein aquarium bauen wo wir denn das essen äh lagern mit gary fisch komm mal her ja nice machen wir uns auf den heimweg okay wir sollten uns auch ein spinn bauen wo wir die nachrichten auf bewahren von den ähm raumschiffen von den ähm von den rettungskapseln die wir entdeckt haben interessant frage ist wenn wir das geschafft haben zu überleben haben auch andere es geschafft zu überleben oder ich kann hier nicht an quatsch vorbeifahren das geht nicht das ist so selten entspanne dich großer das leuchtet das leuchtet mir das war schön hoch upsala ups da war quats lass mich da hin ich will das quatsch mitnehmen dankeschön und es ruckelt wie sau gerade da ist unsere basis seht ihr sie ich sehe unsere basis gut wir haben wahrscheinlich die hütte da mit den pflanzen haben wir wahrscheinlich echt bescheiden positioniert so dankeschön ähm ja keine neuen nachrichten wer hätte es gedacht mach die tür auf hier so ok und ran hier 500 energie das ist perfekt besser geht es kaum trinken brauchen wir natürlich da müssten wir so ein gerät finden womit wir wasser besser filtern könnte das identifiziertes wasser dann könnten wir jetzt mal schlimmer und schlimmer und schlimmer und messer noch schluck 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 und das sind dann noch ein halber liter anstatt hier diese 200 milliliter packungen so ein bisschen was zu essen brauchen wir auch so dann ähm guten hunger 100% von allem sind 100% mehr als von nichts ähm wir haben noch hier so in eine richtung haben wir doch irgendwo hier so ein aquarium vier seite denn des wahnsinns viermal glas wo solchen so viel glas hernehmen baue ich halt hier ab ne 12 und ich sollte hier kein fenster mit drin 12 so dann rüber wer hat denn jetzt die tür zu machen das gibt es doch nicht sind hier geister oder was da ist unser energie kern da ist das hier hier ist das dann können wir das in der küche haben wir hier platz für ein aquarium hier oben ne so warte mal wir können sogar theoretisch unten das aquarium hinstellen ist das nicht schön könnten auch hier unten ein aquarium hinstellen ernsthaft das wäre cool guck mal dann müssen wir zweimal drum herum gehen können das wirklich hier so hinstellen in der mitte ist das hier mittig ja ne ich stelle es einfach mal dahin ich glaube ich finde das ganz schön äh natürlich hier 12 den können wir da reinpacken schon sieht das ganze hier viel wohnlicher aus oder vermehren sich die fische eigentlich dann wenn die hier drin sind das müssen wir mal probieren wir packen mal zwei von dem bummer an fisch rein haben wir hier noch so einen blasenfisch ne leider nicht ok naja ok sei es drum wer macht denn hier immer die türen zu das ist bestimmt unsere eigene basis die denkt sich so ha 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 den ärgern wir heute mal wieder so ach komm wisst ihr wir packen hier die ganzen fische rein weil dann haben wir auf jeden fall reserve hm wisst ihr was ich möchte das aquarium doch irgendwo anders haben und zwar möchte ich das gerne hier haben hier so ich glaube hier gefällt es mir besser weil wir dann ähm diese leiter so ein bisschen 1 2 3 4 5 6 so ein bisschen abgeschottet haben hier ne da wo es dann nach oben geht sieht dann schon so ein bisschen wohnlicher aus ne so ein bisschen ja doch das gefällt mir besser vorerst vorerst freunde ich bin so ne frucht hab hunger und kaffee auch bitte so ähm dann haben wir hier quers wollen wir es wagen wollen wir es wagen in der nächsten folge mal zu aurora und dort an land zu gehen lecker 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 Snacks ich meine immerhin können wir ja eigentlich gar nichts verlieren wir was haben wir jetzt erreicht wir haben uns jetzt hier eine kleine basis ja gebaut mit wem rede ich überhaupt mit dir die beste kaffeemaschine ne ne und hier ähm dankeschön du bist die beste kaffeemaschine die ich mag du bist echt hot äh mag habe natürlich ne ähm ja basis wir haben uns hier nicht viel zu sagen aber ich bin der meinung wir haben einen schutzanzug reparaturwerkzeug können wir mitnehmen das liefern wir auf jeden fall ab hier schmeiß weg den kram so zweimal wasser nichts essen das ist ok was sagt unser reaktor unser reaktor sagt noch voll ne weil wir ja auch nichts verbrauchen so gut wie gar nichts ok wisst ihr was freunde hier zwei Snacks und ab wir sollten vielleicht noch eine Batterie mitnehmen ne eine Reservebatterie das ist glaube ich eine gute Idee mach die Tür auf ich glaube die bäuche ich wieder raus die Türen mhm volle Batterien eine auf jeden fall das ist sinnvoll so und ab zur haben wir mal ok willkommen und wir fahren jetzt hier nochmal fix zu dieser Rettungskapsel und hier machen wir dann wieder einen Cut ne Freunde hier machen wir wieder einen Cut so danke ok dann klettern wir jetzt hier hoch und dann sage ich jetzt von dieser Stelle aus Kampf der Aurora wir werden da schon richtig gut reinkommen hoffe ich vielleicht ähm bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss ich auch bis zum nächsten mal wir haben bis zum nächsten mal der dr